so moni schicken willkommen zu einer neuen aufnahmes zeichnet der wird bei jetzt der face und ich aufläuf was geht und was haben wir hier operation also hier heute ist mal wieder der praktikant dran der absolut beste arzt überhaupt der sein diplom gewonnen hat und wir müssen hier eine brain transplant machen so nicht geschafft dann machen wir gleich gucken was jetzt kommt was ist das so gut wo wir haben nachts zur verfügung hier mal die glatze jetzt weiß ich wie sich ein gehirnknochen anfühlt ein gehirnknochen also nicht schädeldecke für mich ist das ein gehirnknochen noch ein zeichen dafür auch gut da ist das neue gehirn drin es wird sein kannst du es umwerfen die decke sieht aus wie ein kondor so ich musste schon mal gespürt haben bevor ich es einpackt erst mal so rumstochen das gehirn hat beinhaltet ja schließlich keinen empfindlichen teil das ist auch nicht empfindlich aber ich glaube diese säge diese säge die säge die säge die säge eigentlich der liegt ja schon so richtig eigentlich das ist voll die gute Idee ne die säge ja ganz vorsichtig der kleine Finger noch kleine Finger mal raus ist der kleine Finger oben würde man nicht lohnen genau ha 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 quatsch ok vielleicht noch mal ein bisschen anwinkeln und ganz vorsichtig alter wie schild der verliert tausend leben pro schlag ja ja guck dir das mal an ha ha das waren 2000 da ist er dort aber ich würde sagen mit dem Tomahawk nicht richtig getroffen passt passt oh brutal murder achievement in hm du hast ihn geschafft in einer Minute Ton zu bringen eine Minute 45 ja gut die 45 Sekunden sind auch ganz wichtig so ich wenn der mir runterfällt dann bin ich am Arsch ach sonst macht er keinen Schaden ja aber ich kann doch nicht mehr aufmachen na gut ich bin Tomahawk aber du kannst mit dem Ohr drauf versuchen echt ja das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee mit dem Bohrer geht auch gut in den Schildschluss bitte an der Seite aufsehen da wo dieser rote Strecke ist wir auf den Außenfällen wir cutten müssen boah vor allem einmal im ganzen Gesicht lag um das wenigstens mal geschafft den F*** auszubrechen oh das klappt sonst geht er sogar ziemlich schnell und das wird nicht so gut oh ja das klappt gut hängt ihn ja hängt ihn ja kann ich vorsichtig ich kann die Hand nicht weiter umdrehen ich muss ja mal andersrum nehmen einmal rüber einmal rüber oh da ist ein ganzes Puzzle rausgebrochen ich habe die Säge hier anders gehalten wir brauchen die Augen wieder richtig und die Augen brauchen auch nicht mehr dann gibt es keinen Eingang dafür ja ja es klappt oh nein die Sonne aber schon viel zu schnell sind ich muss das auch mal eben ablegen das geht so nicht 30 Nm die Sekunde ist schon ein bisschen krass ja oh mit einem Schlag das war das die Nadel saß auf jeden Fall perfekt hm jetzt muss ich den Bohrer wieder gehalten wenn die Säge die Uhr ganz vorsichtig ansetzen die Schäle die Decke geht weg ja ich weiß nicht die sieht fast so gut aus würde ich auch fast sagen ich muss mal die Kugel ab das könnte reichen es könnte reichen ich würde nochmal schnell stürzen das hat sie mir so gut das hat sie mir so gut oh ah oh oh ja wie wo ist die Schotze ach dann liegt sie ich brauche Drogen äh Antidrogen also oh hier liegt der auch schon perfekt oh Hilfe ist was wenn ich ins Gehirn stehe nein ja oh ja ja Perfekt so legen wir das erstmal weg ich brauche wieder Anti 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 Spritze was für Anti Anti ich glaube da vorne hängt noch ein bisschen zu viel dran ja das gefällt mir noch nicht dann nehmen wir ganz da noch den Tomahawk der ist ja der Schlagdorch das weißt du wenn ich vor oh nochmal ein bisschen anwinkeln ok ich glaube ich lasse es nicht mit dem Tomahawk der ist ein bisschen übertrieben oh oh die Säge ach ich habe das Glas und nicht den Bohr ich wundere mich schon warum der nicht angeht Bohr ist weg dann muss ich mir doch die Säge nehmen ja so ein Ärgerbau also ist das richtige Werkzeug runtergefallen ja ja da liegt doch im Unge-Scheiß im Weg ich hätte es noch gebrochen können es war keine Fähre aus meiner Tage wenn man das auch um zum Mal auf ja kann alles abklimmen oder oh perfekt ganz sanft ganz sanft ganz sanft Perfekt. Jetzt müssen wir das Gehirn irgendwie rauskriegen. Kann man das einfach anpacken und so? Warum liegt Scheiße du jetzt auch da? So gut, dann kannst du es besser schneiden. Stimmt, ich muss aber noch den Hirnstamm abnehmen. Ja, so nennt man das. Echt? Sicher? Ja. Nein, mein gutes Messer! Ich brauche irgendwas für das Messer. Ja, jetzt fälle den Stamm. Er fälle den Stamm. Oh, jetzt wird schon zum Titel passen, nur. Aber ich muss das Messer nochmal irgendwie anders annehmen. Lebe das nochmal ab. So. Jetzt greift es nochmal wie ein Mann. Wieso? Blutriss selber im Knochen. Da ist ein bisschen Fleisch. Ganz vorsichtig. Hm. Oh, verdammt. Ich muss ihn noch ein bisschen anwinkeln. Hm. Der kleine Finger ist auf jeden Fall oben. Hm. Okay. So könnte das klappen. Oh, verdammt. Hm. Na? So schwer ist es denn. Das ist ja nur ein Hör, was doch schneiden muss. Verdammt! Dieser Strang da ist echt stabil. Ach, du sagst, nimm die Achsen fälligen. Oh, ist ab. Spürze, 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 spürze. Ich bin der Profi-Praktikant. Nein. Ich glaube, wir haben es soweit, dass wir das Gehirn rausnehmen können. Keine Euker mit. Ausfallen. Nein, das ist für meine Sammlung. Hast du nicht mit? Guck mal, das ist das da. Das ist ein Hohn. Genau, das wollte ich auch zeigen. Das da. Das sieht aus wie ein Hohn. Den würdest du mal sammeln. Der kommt in meiner Hohn sammeln. Das gehört, der kommt wirklich wie ein Hohn sammeln. So, haben wir das gehört, dass wir den jetzt nicht verlieren. Das habe ich echt scheiße gebaut. Hm. Und... Oh, ich habe es geschafft. Erlebt! Nur D. Hm, sieht gut für mich aus. Ich bin mir sicher erlebt. Na gut. 6 Minuten 19. Ey, ich war ja richtig gut. Kann man doch so stehen lassen. Wollen wir machen. Ich glaube, die Folge war ein bisschen kurz. Ja, ich glaube, da muss noch mal was gemacht werden. Zumindest probieren wir das nächste Level an. Das würde ich sagen. Aber das kannst du den Herbst übernehmen. Ah, hier. Wie, noch eine Herztransplantation? Ja, das ist eine andere. Jetzt wird es interessant. Beim Säugling oder was? Beim Säugling? Genau. Ja, das würde ich machen. Ansonsten müssen wir kurz die Plätze tauschen. Okay. Hm, schön Stühle hören und rattern und alles. Wie ein Kinderarzt läuft. Hm, ich packe es mir da mal an. Okay, auf geht's. Ach, scheiße ey. Ist das nicht wieder Bock? Ach, während der Fahrt. Das ist ein Rüstungs... Während der Fahrt! Oh Gott. Haha, also nur Schwierigkeiten. Wer macht sowas denn während der Fahrt? Von wegen Scheiße! Ja, ist halt Notfall, ne? Du musst auch mal bei... Äh, ich bin nicht schön. Oh. What the? Okay. Oha. Toll! Wie soll ich denn noch ans Herz kommen? Die Tür ist aufgegangen. Ja, ist gut. Ich bin aber auch schon rauszumachen. Äh, wo ich denn hier... Wo ist denn herz? Was liegt hier? Könnte noch gut liegen. Oh, ganz. Da liegt ein Tomahawk! Ich nehme das für die Brustkorb. Ich brauche mir das mal. Ich brauche mir eine Säge. Ich brauche mir eine gute Säge. Ich brauche mir eine gute Säge. Oh. Ich glaub's nicht, was ist das nicht? Oh, fuck! Ich hab's nicht, was ist das nicht. Ich hab's nicht aufzumachen. Ich hab's nicht aufzumachen. Herr Doktor, wir sind uns erwähnt. Ja, nein, sag mal bitte. Oh Gott. Ey, was denkt das nachher? Oh Gott! Oh Mann! Ich fahre einfach mit 120 Sachen durch die Stadt. Das würde schon gut gehen. 120 durch die Stadt. Das heißt, auf Ampel. Einfach rüber. Es ist sowieso ein Rettungswagen. Ihr darf über Ampel fahren. Können wir dann blöken? Also, wenn ich hier mal anders ist, ist ein Rettungswagen. Ich glaub, das ist ein Leichen von Sports. Okay. Das kann auch so sein. So. So unten noch. Die Scheiße. Oh. Oh. Hups. Krass. Das ist ja viel. Leute, wir machen eine Tür so schlecht zu. Die geht auf und wieder zu und wieder auf. Wie perfekt du ihn gewusst hast. Ich sag mir mal raus. Tschüss. Du, er liegt schon auf der Straße. Mensch, wie er Brust kommt. Brauchen wir nicht. Weck der Witt. Oh. Der tut halt so. Das muss ich ja. Die richtigen Sachen sollen sich irgendwo nicht wegpacken. Ja. Ich muss mich auch genau da gut finden. So. Die krieg ich in den erastlichen Fass hier aus. Kamerhawk. Kamerhawk. Ich glaub wir sagen mal, ich bin nicht drückt. Ich bin nicht drückt. Ich bin vorne oben rein. Ich wollte dich halt. Wie fährt der Fahrrad denn, Mann? Oh. Meine Werkzeuge... Ich guck nein, meine Werkzeuge... Nein! Nein! Ich glaub der fährt sich schnell, weil ihr gar von Polizei verfolgt werdet. Ja. Ich glaub, was ist denn ein Leichelt? Was wir mitgeführt haben oder was? Ja, was ist gerade nicht aus der Tür. Wir wollen das Herz klochen oder was? Wir wollen nur helfen! Wir wollen nur das Herz klochen. Er hat doch nur eine Erkältung. Nein! Und die Säge geht einfach über den. Oh oh. Oh oh. Ich seh mal die Müste von der Klingel. Jetzt. Oh, das war sauber durchtrennt. Gewollt. Oh Mann. Die Säge, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kann die eben vorbeiführen. Wie fährt man die mit dem Fühl ab? Alter, diese Säge, Mann. Die ist echt so süßig, Mann. Muss mal so ein bisschen... Alter. Hahaha. Scheiße. Wie soll man denn so in sauberen Städte landen? Alter. Das hört sich voll richtig an. Sie fühlen wieder auf mir an. Mach mal eine Radiobahn. Ich glaub, das wird entspannt ein bisschen. Schuss an. Oh. Oh, wo ist meine Spritze? Oh nein. Guck mal weiter nach unten. Da liegt sie doch noch. Oh, das sind sogar beide. Guck mal wieder. Oh okay. Oh, das muss jetzt schnell gehen. Ähm, 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 ich brauche hier irgendwas. Oh, was? Oh, Mann. Oh, Mann. Noch bewegende Zielung. Ich kann dir mal links so ein bisschen den Kuchen raus. Was ist die kleine Teile, die hier eigentlich rumliegen? Alle Sachen, die später hinrein sollen? Scheiße. Oh, das habe ich gesehen. Hm. Komm weg. Komm weg. Weg mit dir. Oh, nö. So. Ich krieg den Scheiß. Oh. 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 Das hängt fest. Das sieht übel aus. Ich glaube, das wird's ja nicht. Vielleicht ist es ganz gut in die Hände. Da liegt sie doch wieder. Ja, aber da komm ich nicht ran. Komm. Ups. Jetzt weißt du, was deine Hand von dir hält. Das ist doch eine. Diese große. So. Ring hier. Meine. Große, meine. Ah, es wird schon wieder gehen. Die gilt. Das hat mir das wohl nicht gegeben. Bring's weg. Oh. Oh. Ohne Herz wird das nichts. Nimm die Schere. Hast du keinen Tomahawk mehr? Hast du den Laserschneider noch? Laserschneider noch? Ja. Lösung des Problems. Schöneider. Oh. 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 Oh, das braucht man. Oh, Mesa! Juuu! Äh, das ist doch wieder voll weg hier. Du bist selbst mit dem Mesa-Schneider durchsicht nichts. Warum braucht man den denn, Mann? Äh, äh, äh... Vielleicht hätte ich mit ihm die Höhlen-Konstellationen machen können. Oh, er ist tot. Verliebt. Das ist traurig. Aber die Organe kann man nur verkaufen. Auch mit Schwarzmarkt? Schlimm, die Leichen haben jetzt noch was wert. Erstmal ausprobieren. Hm, Organe verkaufen. Oh, Mann. Noch ein Versuch? Hm... Noch ein Versuch, ja. Also probier nochmal. Oh, Mann. So, erstmal das Ding. So, jetzt würden wir erstmal das greifen, was du brauchst. Also wie schnell nehm ich die Säge da, bevor der erste Huckel kommt. Oh, diese scheiß Flasche. Au. Oh. Die Musik geht doch schon nicht mehr. Tja. Ausbeulen. Komm, der Hammer liegt doch sein Wurst raus. Der will doch schon kämmer werden. Okay. Hier kommt direkt da. So. Ja. Oh. 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 Entschuldigung, die Spritze vielleicht auch nach links legen. Nach links in die Pause. Ja. Ja. Zumindest hab ich das früher, als die Sachen links der Lieder liegen. Ja, okay. Oh. Oh. Oh, nein. Oh, die Axt. Einmal du das Gesicht gewinnt. Einmal du das Gesicht gewinnt. Was ist es auch nicht so schön? Und ich habe... Ich könnte weiß, das ist... mit mir das... ... und dann... ...effekt sich das... ... nann... ... Schöne hier. ... und schon. So. ... und dann... ... und dann mit der Flagship in den Wolfgang. ... und das ist echt crazy, man. ... und dann... Hier ist es gut, können die Stütze auf die Sicherheit sein. Die fällt immer weiter nach rechts unten. Ich glaube, die kriegst du noch. Komm schon. Du hast sie. Nein. Die Schere. Hier ist was los, Rudi, die Stütze. Komm schon. Sie ist einigermaßen in Sicherheit, glaube ich. Komm schon her, du. Mann, komm schon her. Wie? Oh nein. Oh nein. Da fliegt die. Fuck it. Scheiße. Oh, ich habe einiges gemacht. Oh. Oh, das ist aber sehr hilfreich. Ich muss es sagen. Das Einzige, was du mit der Spazien geführt hast, ist hier wieder selber zu beruhigen. Ja. Ja. Herr Doktor, lassen Sie mich hier von Ihnen nachher eingehen. Ja. Ich tue es aber gerne. Ich bin doch gleich gedacht. Ja. Damit die Sachen immer selber besteigen sollen. Ja. 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 Ich kann mich jetzt auch richtig machen. So. Hier siehst du, wie ich das hier mache. Und die Hand dafür. Ja. 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 Oh Gott, ich bin nicht mehr. Ich finde, ich bin dieser Drogenmodus. Das sieht ein bisschen aus wie ein 3D-Wirken. Aber er kann ja dranbleiben. Mann! Cut hier, Mann! Komm schon! Das ist stabil, der Lunge auf jeden Fall. Ja. Oh, was ist da? Da kann ich sagen... Rauch und dann das Volatär und Tabak anders getrocknet. Boah, das vertierte Lunge. Es riecht wahrscheinlich so in der Lunge, wie in der Wohnung eines 80-Jährigen, der 60-Jährigen hat gebraucht. Boah! Ich riecht euch jetzt im Auge. Ey, was soll das denn jetzt heißen? Ich weiß. Was ist das jetzt aber? Wenn du bösartige Unterstände kriegen, das ist eine Bösartige. Was passiert? Dann wird es besser. Dann wird das alles sein. Ah, der noch zustimmt. Ich glaub, der Profi ist weg. Aber was ist da rausgeflogen? Bei der Magen? Oh, tschüss! Der macht sich ja schon selbst. Ständig, ey. Hab ich schon abgedeckt. Der fliegt immer wieder rein. Mann, komm schon. Mann, komm schon! Sicher, dass du da oben schneiden musst? Ja. Was kommt hier diese Luftfeuere? Siehst du da? Ah! Ich bin mir sicherlich. Ja. Okay. Aber ich glaub, das war's dann auch für diese Folge. Ja, ich glaub, das war's für diese Folge. Die Samen fliegen da doch eigentlich gegen, ey. Das Kapell schlicht nochmal irgendwo rein. Oh, scheiße. Oh, da fliegt das Herz weg. Wär jetzt sowieso verkackt. Ja. Aber ich muss schon sagen, während der Fahrt, das ist schon echt krass. Das ist echt krass. Oh, Mann. Oh, shit. Wie gesagt, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Der Yannick bestimmt auch. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst oder wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich sage, bis bald. Haut rein. Haut rein.